Durch den Vorgang der Protein-Biosynthese werden in lebenden Zellen alle Proteine hergestellt, die die Zelle für ihren Aufbau und für ihren Betrieb für ihre Lebensvorgänge benötigt. Die Proteine werden dabei im Vorgang der Translation an den Ribosomen aus Aminosäuren zusammengesetzt. Welche Reihenfolge die Aminosäure in einem Protein haben sollen und wie lang die Aminosäurenkette eines solchen Proteins sein soll, ist im genetischen Code verschlüsselt, der sich ursprünglich in der DNA befindet. Die DNA enthält die Erbinformationen, das heißt die Bauanleitungen für alle Proteine einer Zelle in kodierter Form, die DNA selbst, liegt dabei im Zellkern geschützt vor. Damit ein Ribosom die Informationen zum Bau eines bestimmten Proteins erhalten kann, muss von dem jeweiligen Abschnitt der DNA, der diese Bauanleitung enthält, eine Kopie angefertigt werden. Das passiert im Vorgang der Transkription im Zellkern, bei der ein Abschnitt der DNA, nämlich ein Gen, auf ein neues Molekül, und zwar auf eine mRNA, überschrieben wird. Diese kann dann den Zellkern verlassen, zu den Ribosomen wandern und dem Ribosom die Informationen übermitteln, wie es das Protein zusammensetzen soll. Damit bei den vielen Details, die wir im Zusammenhang mit der Proteinbiosynthese jetzt betrachten werden, die Übersicht nicht verloren geht und damit man diese Details auch in einen größeren Zusammenhang, in einen zytogenetischen Zusammenhang einordnen kann, möchte ich mit Ihnen in diesem Video einen Blick darauf werfen, wo genau denn sich jetzt eigentlich diese Gene befinden und wie diese Gene strukturiert sind. Im Lichtmikroskop kann man die Erbsubstanz, das genetische Material, in Form von Chromosomen erkennen. Das ist besonders gut möglich während der Metaphase, einer Phase der Zellteilung, bei der das genetische Material in Form von stark spiralisierten Chromosomen vorliegt. Bei Menschen kann man da auch im Lichtmikroskop durch Anfärben 46 x-förmige Chromosomen in den Körperzellen erkennen. Ein solches Chromosom ist, wenn wir das nun auf die molekulare Ebene herabbrechen, ein Gebilde, das aus zwei verschiedenen Molekülsorten entsteht, nämlich einerseits aus dem tatsächlich erbinformationstragenden Molekül DNA und andererseits aus Proteinen, sogenannten Histonproteinen, um die diese DNA gewickelt ist. So ein charakteristischer Cluster aus acht Histonproteinen mit darum gewickelter DNA bezeichnet man als ein Nukleosom und wenn wir das langgestreckte DNA-Molekül in vielen Nukleosomen hintereinander dann weiter aufdrillen und weiter spiralisieren, so kommen wir irgendwann dann zu solchen großen Gebilden wie eben den Chromosomen, die man bei Anfärbung im Lichtmikroskop auch direkt sehen kann. Das DNA-Molekül selbst ist mit seiner Dicke oder Breite von etwa zwei Nanometern lichtmikroskopisch absolut nicht zu erkennen. Diese 46 x-förmigen Chromosomen während der Metaphase bestehen aus zwei jeweils gleichartigen Hälften, die man als Chromatiden bezeichnet. Ein Chromatid ist im Prinzip nichts anderes als ein DNA-Molekül gewickelt um Histonproteine. Ein Chromatid enthält also sämtliche Gene, die auf diesem DNA-Molekül verschlüsselt sein sollen. Vor einer Zellteilung müssen die Gene, die eine Zelle besitzt, jedoch kopiert werden, damit beide Zellen, die dann als Tochterzellen aus der Teilung hervorgehen, wieder sämtliche Informationen erhalten können. Dies geschieht im Vorgang der DNA-Replikation, bei der das DNA-Molekül, das sich in einem Chromatid befindet, durch Verdopplung einen Partner erhält. Diese beiden Partner, das heißt diese beiden Chromatiden, hängen dann an einem Proteinkomplex, den man das Zentrum mehr nennt, miteinander zusammen. Auf diese Weise entstehen nun also diese zwei Chromatid-Chromosomen, bei denen die beiden Chromatiden, die da am Zentrum mehr miteinander verbunden sind, genetisch identisch sind. Denn sie sind durch Replikation, das heißt durch den semi-konservativen Mechanismus, in gleichartiger Weise entstanden. Jedes der beiden DNA-Moleküle, die in einem solchen x-förmigen zwei Chromatid-Chromosom enthalten sind, ist also genetisch mit dem gegenüberliegenden Chromatid identisch. Wenn wir 46 x-förmige Chromosomen in den Körperzellen eines Menschen unter dem Lichtmikroskop sehen können, so handelt es sich dabei also im Endeffekt um die doppelte Anzahl, nämlich 92 DNA-Moleküle, von denen jeweils zwei genetisch gleich sind. Betrachten wir nun noch ein solches Chromatid, also ein DNA-Molekül, gewickelt um Histonproteine, etwas genauer. Ein solches Chromatid enthält in seiner DNA Gene, das heißt Bauanleitungen für Proteine. Wenn wir uns das hier schematisch einmal vorstellen, so hätten wir den DNA-Faden, das DNA-Molekül, das sich hier jeweils dann um diese Histone gewickelt in so einem Chromatid befindet und ein bestimmter Abschnitt dieses DNA-Moleküls enthält jetzt die Bauanleitung für ein bestimmtes Protein. Dieser Abschnitt wird als Gen bezeichnet. Nehmen wir an, in unserem DNA-Molekül steht hier in dem blau markierten Bereich das Gen für Hämoglobin, das heißt also die Bauanleitung für dieses Protein. Ein wenig später folgt dann in der DNA die Bauanleitung für ein anderes Protein, in dem Fall für Insulin. Zwischen dem Hämoglobin-Gen und dem Insulin-Gen befinden sich jedoch auch DNA-Bereiche, die jetzt nicht direkt für ein Protein Informationen enthalten. Die Gene für die einzelnen Proteine sind also auf einem DNA-Faden quasi aneinandergereiht, jedoch immer wieder unterbrochen von Bereichen, die man als nicht-codierende Bereiche bezeichnet, die also nicht selbst Informationen zum Bau eines Proteins enthalten. Diese DNA-Bereiche nannte man früher oft Trash-DNA, also Müll-DNA oder Abfall-DNA, weil sie eben nicht direkt für ein Protein Informationen enthalten. Wir wissen mittlerweile jedoch, dass diese Bereiche keineswegs irgendwie Abfall sind oder unnötig sind, sondern dass in diesen Bereichen vor allem die Mechanismen der Genregulationen zu finden sind. Das heißt, diese Bereiche sorgen dafür, dass bestimmte Gene zu bestimmten Zeiten gelesen und benutzt werden und zu anderen Zeiten eben nicht. Außerdem kann man auch in diesen Trash-DNA-Abschnitten zum Beispiel die Evolutionsgeschichte teilweise nachlesen, denn etliche Bereiche dieser Trash-DNA hatten früher einmal eine Bedeutung. Sie standen als Informationen für bestimmte Proteine zur Verfügung, die aber im Laufe der Evolution bei dem jeweiligen Lebewesen jetzt nicht mehr benötigt werden und demzufolge nun nicht mehr als Gene, als Bauernheitung für Proteine genutzt werden. Wenn wir das direkt beim Menschen also einmal zusammenfassen, so haben wir hier in den Körperzellen 46 Chromosomen, wobei jeweils ein Chromatid eines solchen Chromosoms alle Gene dieses Chromosoms enthält. Wenn man zwei Chromatid-Chromosomen vor sich hat, also diese x-förmigen Chromosomen, so hat man eigentlich nichts anderes als alle Gene doppelt. Wenn wir die DNA in den 46 Chromosomen eines Menschen einmal analysieren, so stellen wir fest, dass wir dort hintereinander weg etwa drei Milliarden Basenpaare vorfinden, in also allen DNA-Molekülen dieser 46 Chromosomen. Das ist hier aber nur bezogen auf ein Chromatid-Chromosom. Das heißt, wenn wir dann die zwei Chromatid-Chromosomen betrachten, also die DNA nach der Replikation, so hätten wir über sechs Milliarden Basenpaare. Durch das menschliche Genom-Projekt ist etwas Licht in die Menge der Gene, also in die Menge der Bauanleitungen für Proteine gebracht worden, die wir in der DNA finden. Wir haben nach heutigem Kenntnisstand etwa 25.000 verschiedene Gene, also Bauanleitungen für über 25.000 verschiedene Proteine in unserer DNA, wobei, wie wir später noch sehen werden, durch Methoden des sogenannten alternativen Spleißens sich die Anzahl der möglichen Protein-Moleküle, die sich aus diesen 25.000 Genen ergeben, noch einmal deutlich erhöht. Das heißt also, wir haben zwar 25.000 Gene ungefähr, wir können aber noch weitaus mehr verschiedene Proteine herstellen. Überraschend ist vielleicht, dass der Anteil der nicht-codierenden DNA-Abschnitte, also der Anteil dessen, was man als Trash-DNA bezeichnet hat, wesentlich größer ist als der Anteil der DNA-Abschnitte, die tatsächlich Gene sind. Wir haben über 80 Prozent der DNA als nicht-codierende DNA, also als Trash-DNA und damit sehen wir schon, wie bedeutsam das Regulieren von Genen, das heißt also das An- und Abschalten von Genen, was ja eben im Bereich dieser Trash-DNA erledigt wird, wie bedeutsam das für den Bau und die Funktion einer Zelle tatsächlich sind. Werfen wir nun noch einen genaueren Blick auf die Struktur eines Gens. Es ist dabei jetzt völlig gleichgültig, welches Gen hier als Beispiel genommen wird, ob das jetzt das Gen für Insulin ist oder für Hämoglobin oder für irgendein anderes Protein. So haben wir auf jeden Fall eben einen bestimmten DNA-Abschnitt auf einem bestimmten Chromosom, der dieses Gen enthält, der also die Bauanleitung für dieses Protein in der Basensequenz, also in der Abfolge seiner Basen, nach dem genetischen Code verschlüsselt hat. Ein DNA-Molekül besteht aber, wie Sie wissen, aus zwei Strängen, die sich komplementär passend gegenüberliegen. Nur einer der beiden Stränge enthält aber tatsächlich die Information. Diesen bezeichnen wir als den kodogenen Strang der DNA. Die Anleitung zum Bau des Proteins ist im kodogenen Strang immer so verschlüsselt, dass man ihn von seinem 3' zu seinem 5' Ende lesen muss. Der gegenüberliegende, nicht-kodogenen Strang ist eine komplementäre Kopie des kodogenen Stranges. Wenn nun nach der Vorlage des hier rot markierten Gens ein Protein hergestellt werden soll, so muss zunächst im Vorgang der Transkription eine mRNA ausgehend von dem kodogenen Strang erstellt werden. Das wird von einem Enzym erledigt, welches als RNA-Polymerase bezeichnet wird. Damit die RNA-Polymerase jedoch weiß, wo das Gen beginnt und wo es endet, ist in einem solchen Gen nicht nur tatsächlich die Bauanleitung für das Protein verschlüsselt. Das heißt, die Basensequenz des eigentlichen Gens ist nicht der alleinige Bestandteil des Gens, sondern sie wird eingerahmt an ihrer vorderen Seite von einem sogenannten Promotor. Dabei handelt es sich auch wieder um nichts anderes als die Abfolge einzelner Basen. Also es ist einfach ein Stückchen DNA mit aber einer ganz spezifischen Basenfolge, die für das Enzym RNA-Polymerase das Signal gibt, dass hier jetzt die Transkription beginnen soll, also die Erzeugung der mRNA beginnen soll. Der Promotor selbst ist somit sozusagen der Startpunkt für die Erzeugung der mRNA. Er wird selbst nicht in die mRNA kopiert, sondern er ist die Stelle, an der sich die RNA-Polymerase an den kodogenen Strang anlagern kann. Alles, was nach diesem Promotor kommt, wird dann in die mRNA kopiert. Den Schluss eines Gens markiert eine Basensequenz, die man als Terminator bezeichnet. Ähnlich wie der Promotor das Startsignal für die RNA-Polymerase ist, so stellt der Terminator das Endsignal dar. Das heißt, wenn die RNA-Polymerase auf ihrem Weg über den kodogenen Strang die mRNA erzeugt und letztlich beim Terminator angelangt ist, so ist das für Sie das Signal, an dieser Stelle mit dem Bau der mRNA aufzuhören, die bis dahin gebildete mRNA freizusetzen und sich wieder vom kodogenen Strang der DNA zu lösen. Ein Gen besteht also in seiner Struktur grob aus drei Teilen. Der wesentliche wichtigste Teil ist natürlich die Basensequenz des eigentlichen Gens. Das heißt, hier ist jetzt tatsächlich nach dem genetischen Code verschlüsselt, wie das Protein gebaut werden soll. Eingerahmt ist diese tatsächlich informationstragende Sequenz jedoch von einem Promotor, an dem sich die RNA-Polymerase anlagern kann und der demzufolge sozusagen die Startstelle des Gens markiert und einem Terminator, der der RNA-Polymerase das Signal gibt, dass hier das Gen jetzt beendet ist. Promotor und Terminator werden nicht in die mRNA kopiert. Sie sind sozusagen für die richtige Arbeitsweise der RNA-Polymerase wichtig. Das, was tatsächlich dann in Form der mRNA erstellt wird, das ist die Basensequenz des eigentlichen Gens, die zwischen dem Promotor und dem Terminator liegt.